jo leute was geht willkommen zurück zu pokémon purpur die neue saison hat gestartet sechster januar bis zum ersten februar nachts um eins die zweite saison gleiche regeln wie die letzte saison ich gehe wieder rein die vgc in die doppelkämpfe ich fange an super bei klasse rang 9 das ist ganz gut man muss sich also nicht komplett wieder hocharbeiten und ich schaue mal ob ich jetzt besseren rang hinbekommen als letzte saison das ganze werde ich versuchen hier mit dem neuen sonnenteam cesurio mit dabei das wird richtig richtig gut karpilz kann richtig stark sein mit pilzspore also da schaue ich mal was ich was dabei rumkommt dass viel kann kehrt wenn er geht auf creman zu das ist so es ist halt auch so vorhersehbar irgendwas komisches oder irgendwas kann das der ist trifft zeppelin ich weiß ich was psychos haben spezial oder spezial verteidigung okay wir haben ein kick rückenwind und ich war mal ein schwer tanze ich hätte verhöhner drücken müssen die Ich verstehe null, was er da spielt. Das habe ich noch nie gesehen. Lebenorb auch sehr wohl mit Zauberschein. Ich weiß, Driftzettel, die kann... Scheiße, eh nicht so runter machen, okay. Wieso ist der schneller als Fiavo? Wie viel Init hat der bitte? Ich würde ja sagen, der ist Ovalstahl, aber der hat zwei verschiedene Attacken gemacht. Der hat Entlastung. Was macht das? Dass er nochmal schneller ist? Das ist halt auch assi. Ihr nehmt einfach Pellippa mit gegen Dürre. Wird sich doppelt so schnell. Psychosamen. Ah, okay. Okay, verstehe. Danke. Guck mal, sowas weiß ich nicht. Noch nie gehört. Driftzettel, nicht so schnell wird der. Krass. Driftzettel, nicht so schnell. Scheißegal, wie schnell der ist. Ich habe unendlich Verteidigung und unendlich Angriff. Ich bin auf plus vier Angriff. Ich glaube, das versteht er nicht. Ich glaube, das versteht er nicht. Das bringt mir halt gar nichts, ey. Ich glaube, ich wäre lieber vier Euro ab, ey. Ey, dieses scheiß Feld geht mir übel auf den Sack. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall. Guck mal, wie viel Karpel es jetzt ausrichten kann. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall. 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 Ich hätte auch Pilzspore machen können, aber ich will unbedingt wissen wie viel Kugelsaat macht. Das will ich schon die ganze Zeit wissen. Nicht sehr effektiv Kugelsaat. Und Terra Boden falls er jetzt Orkaden macht und auch noch trifft. Oh Wasser Boden, auch gut, auch gut. Tschüss. Tschüss. Alter, das war Übelschaden. Weil er vierfach Schwäche gegen Flug hat. Und tot. Vierfach Schwäche. Das ist eine Vierfach Schwäche. Ihr dürft niemals die Vierfach Schwäche unterschätzen. Ich habe teilweise Knackrack mit einem Arctilas Eiskreisel besiegt. Bam. Easy. Nächster. So muss das sein. Das ist eine Vierfach Schwäche. Das ist eine Vierfach Schwäche. Das ist eine Vierfach Schwäche. Das ist eine Vierfach Schwäche.